Was macht ein Mann? Was macht ein Mann? Der zwischen Mensch und Tier Nicht unterscheiden kann Was? Er wird zu seiner Tochter gehen Sie ist schön und jung an Jahren Und dann wird er wie ein Hund Mit einem Fleisch und Blutchen Waren Was tust du? Was fühlst du? Was willst du? Du bist doch nur ein Tier 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 Was macht die Frau? Was macht die Frau? Die zwischen Tier und Mann Nicht unterscheiden kann Sie taucht die Feder in sein Blut Schreibt sich selber einen Brief Entzählte Zeilen Ein nicken Teil Als der Vater bei ihr Schnee Was? Was tust du? Was fühlst du? Was bist du? Doch nur ein Tier 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 Und ich glaube, wir haben uns 3-10 in einer Recautung. Es ist sehr schwer. Wir haben die größte Leistung für den Luftflügel, um den Luftflügel zu können. Und wir haben es so gut wie möglich. Wir haben, wie immer, die Sal. Die Sal, die wir totalen. Und wir haben die 8-8. Und das war alles. Das war alles. Was ist heute für heute? Für mich ein Wanderer. Für mich. Ich bin es gut. Vor allem für uns... Wenn man sich um einen Wanderer kann, wenn man sich an einem Wanderer zum Beispiel ist, dass man sich etwas gegen einen Wanderer anwescht. Das ist wie ich immer sagen! Das ist wie ich immer noch etwas hat. Noch ein Wanderer. Noch ein Wanderer. Das Wanderer, wenn man sich nicht mehr als ein Wanderer er in der Halt. Jetzt muss man sich gegen die Worte und die Menschen besser zu werden, in diesem Fall haben wir mit den Zeitpunkt das Worte. Jetzt wird es das Worte für den Worte. Wenn die Worte oder die Worte beste sind ist, sind die Worte. Número 2, el atleta número 10, Marisa González, de la provincia de Buenos Aires.